Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal ein bisschen was anderes, nämlich so ein Behind-the-Scenes-Update, was sich tut, an was ich arbeite. Genau, dass man ein bisschen mal Eindruck bekommt, was ich denn im Hintergrund mache, beziehungsweise was sich derzeit tut in der Phase. Und genau, weil sich da viel tut, habe ich das Gefühl, ich möchte mit dir in der Community hier mal ein bisschen offener sprechen, auch über diese Dinge, die ich mir genau im Hintergrund überlege und dich so ein bisschen mitnehmen. Was ich ja schon immer gemacht habe in der Community oder auch generell auf YouTube und auch im Podcast ist, genau, die Leute so ein bisschen mitnehmen in meiner Entwicklung, beziehungsweise auch in meinem Werdegang der letzten Jahre. Das heißt, ich habe immer wieder zwischendurch mal Business-Vlogs gemacht und ich weiß nicht was alles. Genau, und dementsprechend habe ich mir gedacht, ich werde das jetzt mal nutzen, ohne jetzt irgendeinen Deep-Content zu machen, wo es wieder um irgendeine Thematik geht. Da habe ich mir gedacht, gebe ich dir so ein paar Dinge mit, die ich mir gedanklich jetzt durchgedacht habe. Und genau, haben wir das in Notion notiert, dass ich da auch keinen Punkt vergesse. Und dementsprechend werden wir da ein bisschen drauf eingehen. Warum das auch jetzt Sache ist, ist oftmals deswegen, weil im Sommer bei uns ist es jetzt sehr warm, auch in Wien und auch generell, natürlich ist es generell warm und das Sommerloch ist immer ein Thema. Das heißt natürlich, dass Firmen da etwas langsam agieren, viele auch im Urlaub sind etc. etc. Das heißt, der Stress ist nicht so hoch wie sonst. Also zumindest im Agenturbereich, im Community-Bereich und im Mentoring etc. ist er so wie immer. Das freut mich auch. Das hat mich nämlich früher, kann ich dir sagen, deswegen habe ich mir das auch aufgeschrieben als Punkt, immer sehr nervös gemacht, weil ich jemand bin, der gerne schnell Dinge fertig macht, auch Projekte fertig macht. Und dementsprechend im Sommer ist das immer so eine Sache, dass man da teilweise ein bisschen zurücklegen muss. Und da kann ich dir nur empfehlen, dass man sich selber auch im Sommer die Zeit nimmt, wenn die Kunden ruhiger unterwegs sind, dass man da auch einfach ruhiger dann unterwegs ist. Das zum Ersten. Hier auch gleich anschließend. Ich habe noch zwei große Webdesign-Projekte, die jetzt dann endlich fertig werden sind. Die werde ich dann auch auf der Webseite wahrscheinlich als Referenz herzeigen bzw. fertig machen. Da bin ich dann froh, wenn die zwei auch zu Ende sind. Das heißt, ich arbeite immer parallel zu YouTube und so weiter. Da habe ich ja Kundenprojekte, an denen ich arbeite. Und genau, da sind zwei jetzt gerade im Fertigwerden, worüber ich sehr happy bin. Darauf freue ich mich schon sehr. Der eine Launch ist im August und der andere Launch wird auch irgendwann Mitte August wahrscheinlich sein, wie es mit Kunden abgesprochen ist. Und genau, dementsprechend stehen auch schon Projekte anstehend dran. Das heißt, ich mache immer so meistens zwei, drei Projekte parallel, wobei es sind eher derzeit immer zwei gewesen. Tut mir eigentlich auch ganz gut, weil ich früher immer zu viele Projekte auf einmal gemacht habe. Ich mache jetzt eher größere Projekte, dafür die ein bisschen länger, weil das einfach Spaß macht, wenn man hier nicht ewig genau da drinnen hängen bleibt in einem Projekt und man das so vier bis acht Wochen gut abschließen kann. Das ist immer so ganz cool, auch wenn das größere Projekte sind, aber dann konzentriert man sich mal eine längere Zeit auf ein Projekt. Das war auch eine Überlegung meinerseits. Also auch für dich, solltest du eben Projekte anbieten oder auch Projekte umsetzen wollen, habe ich einfach gemerkt, lern deine Grenzen kennen, wohin sich das Ganze führen soll, wohin das Ganze geht, beziehungsweise wie viel man da auch wirklich machen möchte. Da kommen wir auch zu der nächsten Überlegung, die ich dahin getätigt habe, weil natürlich Kundenprojekte sind immer schwer skalierbar. Das heißt, es gibt einfach eine Grenze, die ich machen kann und auch wenn ich mir jetzt Leute holen würde, gibt es natürlich immer Grenzen, die man da aufziehen muss. Und ein Teil, was sich ja über die Jahre einfach so entwickelt hat, war bei mir natürlich die Community, YouTube und das Mentoring. Und da hingegen habe ich jetzt gemerkt, dass auf jeden Fall wieder Änderungen kommen wird. Und das werde ich dir jetzt so ein bisschen mitteilen. Denn ich habe ja mit YouTube begonnen, eigentlich aus dem Grund, um eher die Agentur zu stärken, Kunden auch zu zeigen, hey, wie sieht es aus, da ist das und dort, das funktioniert gut mit WordPress, das funktioniert weniger gut. So funktioniert zum Beispiel Custom Post-Trips mit WordPress etc. etc. Und dementsprechend haben das schon irrsinnig viele genutzt. Und ich habe jetzt immer mehr das Feedback bekommen und habe auch in den letzten zwei, drei Monaten eigentlich tatsächlich Feedback bekommen, dass viele Agenturen meine Tutorials verschicken. Das heißt, verschicken in der Form, dass dann Kunden bei mir anrufen, die ein Projekt irgendwo anders umgesetzt haben und dann am liebsten eine Betreuung von mir hätten für dieses Projekt, was ich dann meistens ablehnen muss, einfach aufgrund dessen, weil ich das System zu wenig kenne und ich das eigentlich nicht mehr mache. Das heißt, ich betreue oder ich warte dann auch wirklich nur Systeme, die ich selber mache. Aber zusätzlich dazu kam auf jeden Fall nochmal der Wunsch auf, ob es nicht bei mir die Möglichkeit gibt, da nochmal mehr zu lernen, abseits von YouTube, was noch so ein bisschen in einem gewissen Rahmen ist. Deswegen denke ich jetzt darüber nach, wieder Kurs ins Leben zu rufen. Das heißt, ich weiß noch nicht ganz genau, welche Kurse es sein werden. Es wird einer auf jeden Fall vielleicht eher in der Webdesign-Richtung, einer eher in die WordPress-Richtung sein, weil sich viele da einfach gewünscht haben, dass da wieder etwas Solides am Markt ist, auf das sie zurückgreifen können, beziehungsweise auch bei mir zurückgreifen können, weil sie einfach gern von mir lernen und auch gern in der Richtung etwas lernen von mir. Und dementsprechend bin ich da jetzt sehr stark im Überlegen, wie ich dieses Zusammenspiel von YouTube, Community, Kurse und auch dem Mentoring für euch gut hinbekomme, sodass ich sozusagen jeden von euch persönlich abholen kann, in welcher Phase er auch ist. Das heißt, ich habe ja das Mentoring, also das Körper-Media-Mentoring, wo wir jetzt derzeit so 20, 30 Leute immer aktiv sind, wo wir uns eigentlich austauschen. Das sind aber alle schon eben Webdesigner und Webdesignerinnen, die eben mit WordPress für Kunden coole Projekte umsetzen und hier einfach die Prozesse dahinter lernen wollen und auch genau das Webdesign-Geschäft an sich. Das ist aber Ende der Fahnenstange. Viele von euch habe ich auch gemerkt in der Umfrage, zum Plugin, worüber wir noch am Ende sprechen werden, dass die einfach nur Webseiten betreiben. Das heißt, ihr habt andere Dienstleistungen, andere Themen und für die habe ich unter Anführungszeichen nichts im Angebot. Das heißt, ich habe zwar die Beratung an sich, so Einzelstunden, die sind aber immer relativ uneffizient, weil manche dann irgendwie genau Themen haben, die man anders abbilden könnte oder anders abdecken könnte. Dementsprechend habe ich mir da eben viele Gedanken dazu gemacht, wie man das gut abdecken könnte. Und was ich machen werde, ist wahrscheinlich eine Community ins Leben zu rufen, die wahrscheinlich bezahlt ist. Ich habe nämlich keine Lust mehr, irgendeine Facebook-Gruppe zu machen, weil Facebook-Gruppen aus meiner Sicht da einfach mühsam sind beziehungsweise einfach nicht mehr State of the Art sozusagen. Da möchte ich etwas anderes machen. Da gibt es natürlich Discord und andere Themen, wobei auch Discord sehr undurchsichtig wird dann teilweise. Deswegen bin ich da mir noch unsicher, ob da Interesse dann besteht. Und dass die Community auf jeden Fall, ich glaube eher auch zumindest mit einem kleinen Beitrag bezahlbar ist, weil ich nicht möchte, dass da irgendwie jeder reinkommt und nicht aktiv ist, sondern ich möchte, wenn eine Community dann, dass die auch wirklich ein bisschen aktiv ist. Und das schafft man eben nur, wenn der eine oder andere eben einfach die Verpflichtung hat, so einen kleinen Betrag zu zahlen, dann bleibt das eben mehr in der, wie soll ich sagen, bleibt das einfach mehr im Kopf, als wenn da, genau wie bei Facebook das passiert. Da habe ich eine Facebook-Gruppe gehabt zum Beispiel, da waren 1500 Leute drin und da war kaum Interaktion. Und dementsprechend, glaube ich, muss man das ein bisschen anders handhaben. Das werde ich aber eben nochmal durchdenken. Das heißt, das sind die Überlegungen, die ich so im Sommer auch immer tätige, natürlich in meiner Sondersituation mit YouTube und diesen ganzen Themen. Und wollte das einfach mit dir teilen, weil du natürlich auch die Möglichkeit da hättest, dann hier auch nochmal mit zu agieren oder mir auch dein Feedback dazulassen, was du dir vielleicht wünschen würdest. Denn, genau, ohne euch funktioniert ja natürlich die Community nicht und ohne die Community bräuchte ich das nicht machen. Dementsprechend bin ich da einfach stark im Überlegen, wie man das am klügsten umsetzt, so dass jeder was davon hat. Auch mit einem kleinen Beitrag, dass man da trotzdem ein bisschen näher mit mir interagieren kann, außer über die Kommentare oder auch andere Themen. Genau, das wäre die eine Sache und auch der kleine Betrag oder in welcher Form man das immer macht, schafft es mir wieder die Möglichkeit, auch vielleicht eine Software zu nutzen, die einfach kostenpflichtig ist, anstatt jetzt irgendwie Discord zu nutzen, das zwar for free ist, aber vielleicht für die meisten undurchsichtig ist. Ich weiß nicht, ob jeder dann mit Discord umgehen kann oder will. Dementsprechend würde ich da gerne etwas machen, was sehr einfach ist, was jeder nutzen kann. und ich habe zwar eine Software im Kopf, werde ich aber dann schauen, wie ich das darüber mache. Und der letzte Punkt, der noch Thema ist, ist das Plugin. Ich habe ja mit dem Dominic Liss eine Kooperation derzeit, wo wir ein Plugin ins Leben rufen wollen, was jetzt auch schon in der Entwicklung ist, wo es auch schon die ersten Punkte gibt, worauf ich mich sehr freue, das dann irgendwann auch jemanden in die Hand zu geben und zu sagen, hey, nutzt das. Das macht WordPress einfach cooler und einfacher. Und da kommt diese Woche noch ein Video von Dominic. Da habe ich euch in die Shownotes einfach den Link zu seinem Kanal verlinkt, wo wir tatsächlich einfach so ein Meeting von uns aufgenommen haben. Das heißt, ich habe da wirklich an sich, hat er mir gezeigt, was er gemacht hat, wie er die Einteilungen gemacht hat, welche Funktionen da jetzt schon möglich sind und freue mich da einfach sehr drauf, dass man sich in so einem Projekt so ein bisschen verwirklichen kann. Wie gesagt, Plugin ist auch kein großartiger Umsatzträger, mal in der ersten Form. Das heißt, ich nehme euch da ja dann auch mit oder wir nehmen euch da auch mit, dass man einfach zeigt, welche Themen da mitkommen. Und wir haben ja jetzt wieder gemerkt, wo wir das in der Planung haben und jetzt seit zwei, drei Wochen entwickeln, wie viel Zeit da reinfließen kann oder muss, damit das ein solides Konstrukt ist. Das heißt, dieses schnell mal ein Plugin machen und dann Geld machen damit, das funktioniert nicht, sondern es sind wirklich viele Parts, die man da überlegen muss, dass das auch wirklich ein cooles Ding ist und nicht irgendwie das nächste Plugin, was irgendwie keiner nutzen möchte. Dementsprechend finde ich das aber super spannend, weil einfach, genau, meine Liebe irgendwie doch bei WordPress hängt, auch wenn ich mir andere Tools anschaue. Und beim Dominik genauso, der hat ja auch schon viele Projekte umgesetzt mit WordPress und dementsprechend finde ich das super spannend, wenn man da das einfach mitnimmt. Genau. Und das waren so die Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe. Ich schaue jetzt gerade noch in Notion rein, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Nein, also das sind diese Punkte, die ich mit dir da teilen wollte. Habe mir eben gedacht, ich mache da jetzt auch so ein Sommer-Update, im Endeffekt so ein Behind-the-Sins-Update, was sich gerade bei mir tut. Wenn dir das auch gefällt, dass ich einfach hin und wieder, weil ich habe das bei anderen YouTubern gesehen, die da einfach immer wieder auch was teilen in dem Bereich, dass ich dich einfach mitnehme, so ein bisschen auch auf meinem Business-Pfad, also sprich der geschäftliche Teil davon und nicht nur Tutorials. Ja, genau. Apropos Tutorials, da werden jetzt noch einige Dinge kommen, da habe ich einige in Planung, eben genau deswegen, weil ich auch weiß, dass viele da draußen eben über meine Tutorials seit Jahren WordPress lernen, habe ich mich da auch dazu entschieden, vielleicht das ein oder andere längere Tutorial wieder zu machen, wo ich das eigentlich nicht mehr machen wollte, weil ich mir gedacht habe, hm, das ist immer so eine Sache. Freut mich zwar, dass die Agenturen das verschicken und auch nutzen, also ich weiß von vielen Agenturen, die meine Videos nutzen und weiterschicken und dem Kunden teilweise zur Einleitung schicken, dementsprechend ist es aber irgendwie mein Anspruch, wenn ich denen schon nicht helfen kann, dann muss zumindest ein Tutorial da sein, was solide ist von mir, dass das die Kunden zumindest so weit bringt, auch wenn ich sie nicht betreuen kann, dass sie das nutzen können, um die Webseite perfekt zu nutzen, oder Elementor gut zu nutzen und diese Themen. Dementsprechend finde ich das super spannend und habe da auch nochmal Überlegungen dahingehend gemacht und glaube, werde da auch wahrscheinlich das ein oder andere oder mir wieder die Zeit nehmen, so 15 Stunden, 20 Stunden, dass ich diese langen Tutorials mache, die sehr viel Aufwand sind, aber genau, wird wahrscheinlich dem einen oder anderen helfen. Lass mich gerne wissen, wenn du Fragen zu diesen Punkten hast, die ich mit dir geteilt habe oder auch, wenn du Wünsche, Anregungen hast, lass mich die gerne unterhalb wissen, je nachdem, in welcher Plattform du es schaust. Ich habe jetzt die Podcasts auch immer als Video, einfach weil YouTube Podcasts jetzt ein Thema sind oder eine Möglichkeit bieten und auch bei Spotify habe ich das jetzt ja immer als Video und Audio, das heißt, man kann sich beides anschauen und dementsprechend wollte ich dir das einfach nur mitgeben, dass du weißt, wir sind jetzt auf YouTube, Spotify, Podcasts, also Apple Podcasts und auch noch ein paar anderen, Google Podcasts und so weiter, aber dass man da auch bei der jeweiligen Funktion und vor allem bei Spotify, kannst du mir Fragen schicken, sehe ich auch. Dementsprechend kannst du das gerne machen und wollte dich nur daran erinnern und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du den Podcast an jemanden weiterschickst, der vielleicht in der ähnlichen Region tätig ist oder auch irgendwie gesagt Webseitenbetreiber ist oder wer auch immer, dass er da so ein bisschen sieht, was sich da tut. Ich sage danke, dass du zugesehen oder auch zugehört hast, eins von beiden und wir sehen uns in der nächsten Folge wie gewohnt und ich wünsche dir noch eine wunderschöne, produktive Woche und wir sehen uns in der nächsten Folge.